Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0UL QTC. Heute geht es im Schnelldurchlauf durch alle Demodulationsarten, die das THD74 kennt. Zuerst gehen wir mal in den VFO-Modus rein, drücken hier auf VFO, um da drin zu sein. Dann sind wir auf FM, drücken den Modeschalter, dann sind wir in einem D-Star Repeater-Mode. Das funktioniert nur, wenn wir aus Frequenzen oberhalb 140 MHz kommen. Dann geht es weiter mit AM, LSB, USB und Civi. Im nächsten Schritt geht es zurück nach FM. Für die Memory-Kanäle genau dasselbe. Wir drücken hier auf Memory, sind in FM, drücken wieder auf Mod, sind dann in dem D-Star Direkt-Modus. Also Simplex kann man nicht sagen, also ihr wisst schon, ohne Repeater. Dann geht es wieder weiter mit AM, LSB, USB und Civi. Jetzt ging sogar der Repeater auf, auch schön. Letztes Mal auf den Modeschalter und dann geht es zurück nach FM. Das war es schon für dieses Video. Schön, dass ihr dabei seid und wir hören uns in D-Star. Bye, bye.